Hallo zusammen, ich bin Romaini Haug, ich mache die Lehre als Logistiker, bei der Firma Baubedarf in Hunzenschwil und ich zeige jetzt einen kleinen Ebelblick in meinen Alltag. Meine liebste Tätigkeit ist im Wareingang. Es gibt so viel Abwechslung, weil es so viele verschiedene Artikel zu bearbeiten kann. Nach dem Schnuppeli habe ich mich für den Baubedarf entschieden, weil es mir sehr gut gefallen hat und weil ich hier vom Team sehr gut aufgenommen worden bin. Musik Ihr müsst motiviert, teamfähig sein und ein gutes Auffassungsvermögen mitbringen. Musik Das war der Einblick in meinen Alltag. Hat es dir gefallen, dann bewirb dich bei uns. Musik 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 Musik